Ich muss aber hoch, ich brauche Moni. Jetzt komm doch Moni, jetzt komm, komm rein hier. Jetzt komm doch Moni bei Hunden. Oh, die Blitze sind grün. Bist du da, guckst du von der Seite, ich gucke von der Seite hier. Der Hund ist runtergepackt. Ich muss nachladen, fuck. Hinter dir, hinter dir. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, vergiss es, ich bin tot. Ich bin Knallerrotmann, Junge. Ich hab kein Emmo. Die M16 ist aber echt stark. Okay, ein Hund noch. Wollen wir den leben lassen, kurz mal gucken? Ja. Aua! Ich lenke... Ja, fick dich, Mann. Ich lenke den Hund ab und du guckst, was man aufkaufen kann, okay? Ja, okay. Oder ich gucke auch mal, was man aufkaufen kann. Das sieht da hinten alles so verdächtig aus. Ja, ich hab was aufgekauft hier. PhD. Aua. Aua! Ah, ich musste ihn töten. Komm schnell wieder runter auf. Ich war Knallerrot, Mann. Ich brauche unbedingt Jugger. Die sind ja alle so schnell auf der Map. Das ist voll kassi, Mann. Danach lassen wir ein Leben jetzt. Und dann lassen wir... 69 Stück! Ha! Ey, das ist... Das ist ein bisschen übertrieben, ey. Aber wenn wir jetzt scheitern, dann sagen wir morgen einfach mit den anderen. Ja. Das ist einfach zu dritt. Wäre nice, aber wenn wir es schaffen. Die M16 ist... Auf der Map gibt kein E-Stick, gell? Keine Ahnung. Also, ich hab's nicht gelesen. Wäre aber nice, wenn sie wirklich eins reingemacht hätten. Weil die Map ist ja wirklich Hammer. Ja. Aber wenn die Zombies da oft rennen, ey, dann musst du auch nein mindestens einen ablenken. Mit Jugger. Ja. Staminapp muss noch wichtig sein auf der Karte, ey. Ey, frisst du dir wieder die ganze Zeit Chips hier? Entschuldigung. Also bist du! Lass mir auch mal ein paar Zombies, weil ich hab extrem wenig Geld. Der Download rentt bei mir. Oh ja. Ne, Callagent, das haben die mit Absicht gemacht. Welche Wunde seid ihr? Äh... Acht. Achso, okay. Was liegt da vorne? Double point. Einen leben lassen. Längst du den ab? Längst du den letzten ab? Ja. Ist einfach beides liegen. Ähm. Ja, geh. So. Man muss selber ab und zu dauerhaft rennen, dass man was hier geht. Guck mal, ob Strom geht. Geht nicht. Ich schau hier grad die Türen durch. Hier ist auch noch... Hier gibt's die AK-47. Dr. Niete Ah Alter, die scheiß PSG Ja, hab ich schon gesehen Die AK 47 Ey, der ist immer so knapp hinter mir, Mann Äh Was ist das? Was? Double Points Automaten Lol Gibt's einen Automaten, der gibt Double Points Ice Cold Double Points Naja Lol Wo ist der Strom? Wo ist der scheiß Strom, Mann Hast du, hast du den Teddy da gekauft? Ja, aber erstens war das Ding halt unten nicht offen gewesen Aber ich will wissen, wo das Ding ist, dass wir Strom dann machen können Dass wir es aufkaufen können Ja, wir haben eine Ding haben wir noch nicht aufgekauft Welche? Ähm Auf der einen Seite, da wo das Wasser ist Also von mir aus jetzt gesehen auf der linken Seite Jetzt die Speed, hier Speed Cola Ich bin auf der anderen Seite aufgekauft, schon Ich gönne mir noch einmal Küste Ernsthaft M16 ist gut, ne? Leg die nicht weg Nein, ich hab die M16 Gar nicht Und ich hab die Enfield Naja Jetzt kann man das nicht aufmachen, denn ich stelle es rum Wie geht das? Irgendwas Alter Irgendwas übersehen wir aber Ja, irgendwas muss man aufkaufen Aua Wir müssen mal kurz ein Zombie Ja, warte kurz, ich schau mir auf der Web noch weiter Hier in der Mitte ist aber auch ein Teleporter Ja, eine Platte, wo man sich aktivieren muss Ich laufe gerade an den Wänden entlang Hm, Power must, äh, must be activated first Alter Hast du Warte mal, ich schau mal, ich schau mal bei den Bäumen da Vielleicht ist ja da noch irgendwas versteckt Weil irgendwie, es muss ja irgendwas geben Was wir irgendwie aktivieren müssen Such mal nach den Teddys Nach den Teddys müssen wir auch Ja, ich guck ja schon, die ganze Zeit Ich guck mal, ist die Enfield anscheinend egal Weil, äh, ich hab die Enfield durch die Küste bekommen Okay, jetzt ist die Frage Ach, die hat ja gar nicht so viel Money wie, ähm, Ding Wie, äh, auf der Karte Schmerz Ist das scheiße Gibt's doch gar nicht, ey Ist irgendwas übersehen wir Am Anfang ist ja nichts von dem Teddys, oder? Nee Hast du noch Granaten? Wirft dir mal vielleicht eine Granate hinter Strom FN, FHL Hm Hä? Nimm doch mal den Zombie jetzt kurz Ja, okay, ich komme, wo bist du? Kiste Nein Ich will mir da kurz genau gucken an dem Ding Alter Irgendwo, irgendwie Nein, es hängt Ich hab offen Hast du keine Granaten mehr? Nein Ja, warte, ich schmeiß mir die Granate dahinter Ich glaub nicht, dass das geht Nee Geht nicht Ich guck mal weiter da hinten Kurz an den Spielautomaten Ich schätze mal, das sind immer die einzelnen Teddys Wir müssen die ganzen Teddys finden Ja, aber Wo? Schau mal Schau mal unten weiter Warte, ich geh mal schnell nach unten Ich hab's, clear the Debris Ist offen? Warte, warte, ich schau schnell Ja, ich lass mich mal in Ruhe gucken Dann find ich das auch Und, ist offen? Jo, ist offen Mach mal Strom an Aber jetzt lass dir noch sparen, bis ich auch Chaga holen kann Ja, wo ist denn Chaga überhaupt? Ja, müssen wir den Teleporter dahin Das ist ja da bei der Lava Ach so Guck nochmal, ob man auch irgendwo irgendwas aufkaufen kann Kann man sich überhaupt schon teleportieren? Warte, ich schau schnell Ah, Link to Media Fire Lass mal Ich hab aber vorher noch kurz Stamina ab, man Das ist richtig wichtig auf der Karte Das will ich jetzt unbedingt haben Das dauert ewig, bis man hier von einem Punkt zum anderen kommt Oh, hat der Dragon Ray jetzt mal wieder geschafft hier das Ding zu finden? Bist du schon mal in die Lava da reingefallen? Da passiert doch nichts Das ist doch eine Textur Ja, wer weiß Ich weiß es ja nicht Ja, Junge, hast du nie Minecraft gespielt? Meine Güte Stamina ab, ich komme Stamina ab, ich komme Hast du die Augen schon gesehen von den Zombies? Ja, Rot Nein, Pink Ah, Pink halt Die ändern sich, glaube ich, jede Runde Bei vorher war es irgendwie blau Junge, hol dir Stamina ab Es lohnt sich Wie viel kostet denn das? Zwei So wie immer Ich tödige Ja, lass unten rein Guck, wie schnell ich bin Kleine Dugnosen Guck, ich überhole dich noch Ich bin schneller 70 Zombies Ja, davor waren es 69 Geht ja eigentlich Erstmal zu Punkte machen Da kannst du dir auf jeden Fall Jugga leisten Kann ich noch bis 10.000 Punkte machen Du machst bis zu 10.000 Punkten Okay Ist doch geil, Mann Was macht man, wenn es nicht geht Nach dem ganzen Installieren der Patches? Du tust dir der Nimmst deinen Zeigefinger Und steckst ihn dir einmal tief in den Arsch rein Aha Klingt sehr interessant Warte, warte Ich werfe dem Affen vor Da hättest du jetzt noch warten können Was, was war das gerade? Was? Der Affe Loll Hast du das gehört? Ja Voll geil Ist denn immer Affe sowas Geil, Mann Die Karte ist Die ist auch mal wieder richtig geil gemacht Ich finde das ist auch der geile Karten, die ich bis jetzt gespielt habe Nein, die andere war geiler Wo wir mal die ganze Zeit unten gelaufen sind Fürs Endgame Lass es mal leben Den letzten Perfekt Dann noch einen Arm Pass auf Wir teleportieren uns jetzt mal Ja, okay Aber wir müssen erst die Mediafire vorne anmachen Komm Ich mach's schnell Ja Gib mir den Zombie Dann kann ich gleich zurückgehen Dann können wir halt Dann stirbt der nicht Wenn wir teleportieren Au Nein, Stampt-Up verloren Oh, Mann Warum? Was bin ich wieder so langsam? Willkommen im Club Ich kann nicht in die Lava rein da unten Ich weiß Nicht in mich Lass einfach so spielen Ich hab immer voll Schiss, ey Dass sie von hinten kommen Nein, guck mal Sonst hört man doch Ah, das ist alles Runners hier Oder Spawn Hinter dir Ach, sag doch, dass ich durchkomme Vor allem liegt uns da willst du Nö Lass es liegen Also Wir müssen schneller in deinem Leben lassen Ich hab keine Ahnung Hinten kannst du kaufen Guck mal, wieviel das kostet vorher Da steht kein Preis Wie viel hat's gekostet? 2000 Letzter Okay, ich geh kurz Äh, jetzt hol ich mich mal kurz Zermon-Up-Witz Wo ist Zombie? Wie, wo ist Zombie? Wo kann man hier Zombie auswählen? Gar nicht Wo ist du, über Bot? Nein, man kann schon Zombie auswählen Äh, wenn du auf Kampagne gehst Dann Select Mission Und dann siehst du es Okay Aber das musst du nicht machen Also du Das sind halt die Standardkarten Du machst jetzt Start auf Also Und bei Ähm Also Home-Taste Sprich Ich weiß nicht, wie das heißt Das Windows-Zeichen Drückst du drauf Gibst ein Prozent App-Data Prozent Drückst Enter Ja Geh in Teleporter Geh schon mal in den Teleporter rein Hä, es geht nicht Na, doch geht Warte, warte Nein, was machst du? Du bist so dumm Weißt du das? Du bist der Schlaueste Den ich kennen, ey Ohne Mist Nein Ja, du teleportierst dich ohne mich, Mann Ohne Mist Warum? Ich mach Ja, ich Ich sag, ja, warte Ich mach Link to Media Fiber, halt den Zorn Wir da kommen Ich will mit dem Teleportieren uns zusammen Ich kann mich nicht mit dem Teleportieren jetzt Super, danke Nur 10 Stunden Warte Ich mach dich nicht mit dem